So, dann wollen wir in unserem Beispiel jetzt so die Merkmale von Pantomime herausfinden. Kann mir jemand sagen, was ihr dabei gesehen habt oder was ihr denkt, was die Merkmale sind? Ja, also Mimik ist ja entscheidend. Was muss man dafür machen? Ja, das eigentlich transportieren, was man halt möchte. Das Situation entsprechen. Ja, ihr habt ja auch eigentlich die Mimik immer eher übertrieben dargestellt, damit man auch genau sieht, was sie meint.